Leute, ich bin gerade vom Fitnesswart am Bus, weil der, der kam, oh mein Gott, der ist direkt weggefahren. Ich habe keine Kraft mehr gehabt zu rennen. Jetzt habe ich mal geguckt, wie man nach draußen kommt, weil ich vom Bierkasten ausspringen gesehen habe, dass der eine hinten rennt. Aber irgendwie weiß ich nicht, wie man da kommt, hinkommt, weil die Tür ist irgendwie gesperrt und außen rum ist Geländer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist, glaube ich, das wenigste Problem. Ich habe einen Bierkasten heute mitgenommen, aber glaube ich realisiert, dass der in der Prüfung von der Höhe her, also genauso ist, aber halt oben schmaler. Wisst ihr so, dass das unten breiter ist, aber oben schmaler, weil so wie es jetzt ist, ist halt so unmöglich eigentlich. Was soll man, ist vielleicht fünf Meter hoch oder so? Ich wollte heute so ganz früh kommen, um halt in der Sporthalle diese Bank da zu benutzen und so. Ja, aber ich habe heute schlecht geschlafen, konnte schlecht einschlafen, um eins habe ich dann plötzlich online geschlafen. Und ja, bin dann um neun aufgewacht, deswegen jetzt gegen zwölf kamen die ganzen Leute. Scheiße. Ich habe geduscht, mich umgezogen, geschminkt, damit ich mich jetzt nach ein paar Tagen wieder wie ein Mensch fühle. Ob ich jetzt irgendwo hingehe, ich glaube nicht. Draußen herrscht irgendwie so ein Wind. Ich habe mir auf jeden Fall vor, jetzt gleich in den Supermarkt zu gehen und einen zweiten Bierkasten zu kaufen für den Lauf. Und dann mal gucken, vielleicht werde ich ein paar TikToks drehen, um mich ein bisschen abzulenken, weil ich habe so gedacht, ja, bis zur Prüfung werde ich jetzt gar nichts mehr drehen, also an TikToks. Aber ja, ich habe ja jetzt heute schon trainiert. Ich werde am Abend vielleicht noch in den Keller gehen und da noch ein paar Sprünge machen, weil das jeden Tag da hinzuschleppen ist, glaube ich, unnötig. Vor allem auch, weil das halt nicht die Maße hat. Also es hat schon die Maße, aber oben ist es halt schmaler. Ja, dementsprechend, ja, ich habe gedacht, dass das im Keller ein bisschen laut wird, aber meine Mutter hat gesagt, so, bevor du das jeden Tag hinschleppst. Aber ja, cool, wenn ich mich schaffen würde, selber hinzuschleppen, ja, dann bleibe ich schnell zu Hause. Schauen Netflix, meine Schwester macht gerade Mittagsschlaf, meine Mutter ist in der Sekunde rausgegangen, wann sie einen Termin hat zur Massagen. Also ich habe mir jetzt nochmal angezogen, um zu China-Pöme, die kann ich mich nicht zusammenhoffen. Das ist jetzt schon seit zehn Minuten oder so da. Leute, das ist was zu schlappen. Leute, ich habe meine Haare geraschen nach drei, vier Tagen und vor allem auch jeden Tag Sport. Ja, ich schaue jetzt gerade noch eine Serie zu Ende, also halt eine Folge nach fünf Minuten, weil ich habe noch nichts gegessen und es ist halb neun oder so. Und ich habe vergessen zu erzählen, dass ich wieder umkleide, als ich mich angezogen habe vom Sport, einer Oma geholfen habe, ihr Gehaar so zu machen. Und ich hoffe, dass mir ein Universum eine positive Rückmeldung auf meine Probleme gibt, dass ich die Prüfung schaffe, dafür, dass ich so sozial bin. Wir haben gerade noch eine 45 Warte auf dem Bus. Ich habe es nicht mehr geschafft zu duschen, weil es hätte das dann nicht geklappt, weil meine Mutter später auch raus muss. Und ich bin einfach nur fertig. Leute, ich crunch mich weg. Ich habe gerade einfach unnötig zehn Minuten an der Haltestelle auf dem Bus gewartet. Und dann dachte ich mir so, ja, müsste auch noch ein bisschen da sein, schaue ich auf dem Fahrplan an, sonst fahren die nicht. Ja, mega. Leute, ich habe hier eine allerkleine kleine gewonnen mit einer kleinen Bank. Oh mein Gott, ich sterbe. Schatz, das ist wirklich nicht. Schatz, das ist wirklich nicht. Ich bin hier reingekommen. In der Toilette, da gab es kein Toilettenpapier mehr. Und so wie Gottes wollte, hatte ich in Deutschland. Ja, dann habe ich das doch irgendwie gemeistert. Ja, gut, dass ich ein paar Sachen dabei hatte. Dann habe ich mich geduscht. Dann habe ich halt die Sachen so Handtuch und so mitgenommen. Dann habe ich mich gecheckt, also nicht gewusst, dass das Wasser so weit spritzt. Und dann waren meine halben Sachen etwas nass. Dann bin ich in diese Sportheller gegangen, habe geübt. Ja, auf jeden Fall, also dafür, dass ich das erste Mal am richtigen, also am richtigen gemacht habe. Davor war es ja ein Bierkasten und der war ja nicht passend, weil oben war ja breiter. Habe ich das, glaube ich, 13 Mal geschafft. Ist auf jeden Fall sehr schlecht, aber für das erste vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, ich hatte mit zu Hause sein müssen. Deswegen hätte ich das nicht mehr geschafft mit dem Rennen. Aber ich dachte mir, Rennen kann ich auch draußen üben und so. Ist jetzt nicht so schlimm, weil das muss man ja jetzt nicht können. Also klar, schon, die Ausdauer und so. Aber das kann ich ja jederzeit machen. Das ist ja so, da brauche ich ja nicht ins Fitnessstudio zu. Kann ich auch draußen machen. Dann habe ich gedacht, mache ich nochmal schnell die Handtuch. Habe ich angefangen. Ich glaube eigentlich mehr als gestern. Und dann ist direkt ein Typ auf mich zugekommen. Ich dachte, er ist Fitnesstrainer. Aber sabstags sind keine Fitnesstrainer da. Und er hat selber dort geübt. Und dann hat er mir geholfen. Also du musst ein bisschen weiter vor. Und er hat selber diesen Sitz nicht weiter vorgekriegt. Ich habe den mit einer Hand von der anderen Seite das Raum ausgeschleppt. Und dann so, ja, also die Stange, die muss jetzt oberhalb der Brustratzen sein. Ich habe halt das erste Mal 27 oder 28,5 10 Mal gemacht. Aber ich konnte auch nicht mehr, weil ich habe ja davor schon irgendwie eine Stunde nicht ausgepowert. Und dann war jetzt nochmal 10. Dann mache ich 10, dachte jetzt nochmal 3. Und dann mache ich 3, also jetzt noch einen. Komm, jetzt schaffst du noch 2. Und dann so, what the fuck, Alter. Ähm, ja, also, oh Gott. Dann wollte ich desinfizieren, also du musst am besten 3 Sätze machen. Damit sich deine Sehnen dran gewöhnen und bei höheren Gerichten nicht irgendwie reißen oder so. Ja, mega. Ich bin zu Tram gelaufen und bin fast von einem Auto gefahren worden. Und dann drücke ich so auf alle Türen, geht nicht auf, setzt mich hin, dann geht eine Tür auf. Plötzlich irgendwo vorne. Und ja, das heißt, ich warte jetzt auf die nächste. Richtig cringe. Leute, das ist jetzt heute dran gebrochen. Mache ich die mittlere Tür auf, geht sie nicht auf. Und dann merke ich schon, dass alle Türen zugehen. Und dann die nächste. Ich habe es gerade noch geschafft, so meine Hand da rein zu tun. Leute. Ich habe mich gerade ein bisschen verreicht gemacht. Wir haben in der Sekunde 14 Uhr 14. Ich habe gedacht, ich schicke mich schick an. Ich ziehe mich wieder ein bisschen schick an. Oder halt irgendwie wenigstens im Oberteil. Aber irgendwie hatte ich keine Lust. Die Sachen haben mir nicht gefallen, die ich neu gekauft habe. Deswegen ist das jetzt bei dir geblieben. Weil ich wollte später noch rennen. Weil ich habe heute nur Bank geübt. Sprinten und Gewichte heben. Und das Laufen habe ich nicht gemacht. Deswegen werde ich das hinten draußen. Also hoffe ich, denke ich mal machen. Als ich nach Hause gekommen bin, war für mich ein Paket leider. Ich habe mir ja vor ein paar Tagen zwei oder drei Sportschule bestellt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Und ich sollte sie am besten einlaufen bis dahin. Und das heißt ja nicht, dass direkt das erste Paar, was ich mir bestelle, gut ist. Bequem ist. Deswegen gucken wir mal da rein. Gleich liegt es auch an den Schuhen. Dass man dann in die eine bessere Leistung erzielt. Gucken wir mal. Ich will am besten ein Foto machen von denen hier, falls das Paket beschädigt ist. Ja Leute, das sind sie. Ne Leute, die sind es nicht. Die sind zu klein, zu schmal. Ich hoffe, dass mein zweites, gutes Paar ankommt bald. Und wenn nicht, dann habe ich glaube ich keine Zeit mehr zu warten, bis es ankommt. Und dann muss ich schnell irgendwie einen Schuh laden. Weil, ja, ich habe jetzt drei, also ich brauche eine Hallenschuhe. Also für draußen. Ich weiß nicht, ob das draußen stattfindet. Ich glaube ja nicht. Deswegen, wenn, dann hätte ich die, die ich jetzt habe. Ich gehe jetzt los bis zum Abend. Also, was ist denn bis zum Abend? Also, am Abend will ich nochmal joggen. Und jetzt gehe ich Sportschule gucken, weil die ersten passen welche Zeiten habe ich geguckt. Und das ist mein Mutterkrank. Komm, ich habe mir zwei bestellt. Das heißt, letzte Chance. Und jetzt gucke ich, bei uns gibt es da ein paar Sportläden in der Nähe. Da ist noch ein DM. Gucke ich mal nach ein paar Proteinregeln und generell Sachen. Und wenn es da eine Sache nicht gibt, die ich jetzt nie überlegt habe, dann muss ich zu Rossmann. Aber ich glaube, ich hätte nicht mehr die Kraft, zu Rossmann zu gehen. Obwohl, morgens sind ja die Läden zu. Ja, mal gucken. So, Leute, ich habe jetzt heute joggen. Ich mache mir jetzt Horrorglocken vor dem Joggen gehen und mache eine Banane rennen, weil ich gelesen habe, dass das vor dem Sport gut sein soll. Und dann nehme ich noch ein Ding ein, was ich jetzt gekauft habe. Zwar nicht das, was ich wollte, aber mal gucken, ob irgendwas überhaupt einen Weg bringt. Und heute fahre ich ja nicht mehr zu den Schuhen, weil meine Mutter gesagt hat, dass es jetzt eine Schöpfleute gibt. Dann mache ich es halt am Montag und so. Ja, wir stellen mir jetzt vorsichtshalber nochmal Online-Schuhe. Die letzten, die ich, also die letzten, also es gab da schon welche mehr, aber die, die jetzt so für mich eigentlich so gepasst haben, die letzten. Und dann werde ich auch, selbst wenn mir was gefallen würde, nicht mehr bestellen für den Test, weil dann kommt es nicht richtig an und ich muss ja mit denen noch, also vor der Prüfung noch genug üben. Das heißt, ich hoffe, dass ich am Montag welche finde oder halt, ja, weil ich gehe Anfang der Woche. Jetzt habe ich mich gefragt, ob man direkt nach dem Essen losrennen darf. Und da steht jetzt verschiedene Angaben. Jetzt habe ich Angst, dass meine Muskeln und Verdauung jetzt parallel arbeiten und ich jetzt irgendwie zusammenkrache. Ich glaube, ich warte jetzt zu 20, 30 Minuten. Ja, jetzt habe ich mich Sack gegessen, habe mich hingelegt, und jetzt habe ich keine Kraft, Motivation jetzt zum Halb 7. Job zu nehmen. Beste Voraussetzung. So, jetzt kurz vorm Joggen. Hat mir mein Typ gegeben, nach zwei Tagen wieder. Beste Motivation. Und das wichtigste Ding. Hm, riecht gar nicht so schlecht. Ich habe vorher gelesen, dass man das nur nach dem Sport trinken soll, aber da steht auch vor, während und nach. Ich habe gelesen, während oder nach. Da dachte ich mir, was bringt es, wenn ich schon nach dem Sport bin. Also dann, keine Ahnung, baut es für die nächste Stunde irgendwie stärker auf. Jetzt mache ich das mal vor. Und versuche. Mein Glück. Ja, gar nicht so schlecht. Ein bisschen Saft.